herzlich willkommen zurück zu minecraft so wir wollen hier eine ein lagerhaus bauen dazu muss man noch ein bisschen platz machen okay gut was ist das hier das muss weg das gehört nicht mehr hier hin das gehört generell irgendwie nicht mehr dahin nach darum kümmere ich mich jetzt aber nicht hätte gerne das da so gelassen ein bisschen erde bitte dann ziehen wir das mal noch ein bisschen lang müssen wir mal gucken in welcher holz sorte wir das jetzt machen ich weiß nicht wie viel holz von was haben wir denn hallo hundi ja dann nicht so das mache ich mal dahin die erde brauche ich noch am mann an der frau besser gesagt so was haben wir ja wir haben jede menge eichenholz aber wir haben auch dunkle eiche ich weiß nicht so genau ich weiß nicht so genau so mal gucken was kann man denn mit dunkle eiche machen schwarzeichenbretter muss das polierte granit birgenholz ich glaube wir machen das nicht mit so einem polierten holz dass das das möchte ich dann doch nicht so ich würde so gehen wir tackern hier den hoch den ersten balken hin so 1 2 3 4 1 2 3 4 die kisten kann man ja mittlerweile nebeneinander stellen 1 2 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 hier hin das soll ja erstmal nicht so groß werden aber das hier das geht nicht dass das kann ich so nicht lassen hier wo ist hier der baum wo ist da der baum hallo beha nehmen wir den mal so lange so müsste das alles weggehen und das hier muss auch mal weggekloppt werden hier weil das hängt jetzt an dem holz und dann geht das auch nicht weg ja die hängen alle zusammen die bäume bei so einer aktion kann man das dann gar nicht gebrauchen so das noch weg ist das jetzt hier entkernt ja er zumindest einigermaßen ja wir müssen ins bett ne 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 junger man lass mich mal in ruhe so haja bobo so guten morgen buch ja ich weiß es ja nicht okay haben wir da hinten noch ein stückchen bisschen platz nö haben wir nicht ha das haben wir nämlich vor zwei oder drei folgen vergessen hier gut ähm nee das passt platzmäßig da nicht so wirklich das ist mir dann doch ein stück weit zu schmal ich muss das mal weg machen hier weg 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 ich weiß das geht auch von alleine weg aber das möchte ich jetzt nicht so lange drauf warten müssen so so ne ich muss das dann nämlich noch ein bisschen äh größer machen hier blöhm schon gehen wir da weg äh ja nicht in der länge in der breite in der breite uns fehlt hier vorne noch ein layer oder zwei sogar weil wenn das so schmal ist sieht das ja auch noch nichts aus weil ich da noch so balken reinsetzen würde gerne ähm Fackeln dranhängen oder so wo ist denn der balken der ist hier da muss das hier noch ein bisschen noch ein bisschen breiter gemacht werden okay dann mal hier die reihe ziehen gut warte eins zwei hier hätte ich gerne einen balken rein sondern muss das nämlich wieder weg hier so eins zwei eins zwei eins zwei gehen wir der balken hier hin ja so ungefähr erst mal gucken wie das ja jetzt funktionieren soll hier das da sitzt drei vier au eins zwei balken eins zwei balken und dann ist das hier nämlich auch nicht richtig äh eins zwei balken hä ich habe jetzt das geräusch vermisst von dem aufsetzen vom balken eins zwei balken eins zwei balken au so äh 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 das stimmt trotzdem ja dann ne das stimmt dann immer noch nicht nicht stimmt das nicht nein das stimmt so immer noch nicht das stimmt immer noch nicht weil die kisten kommen ja hier hin und dann muss es nämlich ab hier weil die so um die ecke rum stehen so ähm ähm eins zwei balken mein gott eins zwei balken eins zwei balken muss das noch ein stück äh auf die seite dann kommt das nämlich hier hin so Verwirrung Das muss nicht länger Das muss immer noch breiter Das muss noch eins hier vorne hin Es ist ja schlimm Weil wenn die wirklich Die müssen doch um die Ecke sitzen Und dann kann ich Das doch nicht so bauen So Hier so meine ich So, so und so und so So, na und das dann hier Hier kommen noch zwei Kisten hin Dann kommt das weg hier So Ähm Balken Kiste, Kiste, Balken Kiste, Kiste, Balken Kiste, Kiste Ja Und dann geht es dann Hier wieder Kiste, Kiste Und dann muss das nämlich auch wieder weg hier So Kiste, Kiste, Balken Kiste, Kiste Ich sag dir, Leute Ich Bin Zu blöd Sowas zu bauen hier Ehrlich Der gehört doch da hin Und das muss weg Weg, weg, weg Lalalalalalala Ach, geht euch doch so lange ein Kaffee holen Oder irgendwas Ich hab keine Ahnung Das ist ja was Was mach ich denn? Bin ich denn bescheuert? Oder was? So, so, so ist das aber richtig Ach, Herrgut, ja Mann, so stimmt's doch auch Nur das hier stimmt jetzt nicht mehr Das, äh, kann weg So Zwei Zwei Drei Vier Eieieieieiei Ich glaub, jetzt hab ich's Ja, ich hoffe es Ach, es ist ja Hör doch auf, das da nicht auszuhalten Ist ja das nicht hier Lass uns nur erst mal gucken Wie ich das dann baue Wenn ich da einen Balken drin haben will Muss die Wand dicht gemacht werden Erstmal jedenfalls Ja, da kommen die Kisten hin Hier kommen so die Balken Der steht jetzt da, der Balken Mh, 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 mh Okay Jetzt haben Hä? Ich sag ja, neue Tastatur, ne? So viele Tasten dran So, das erst mal dicht Dann müssen wir das erst mal dicht machen Ja, das gibt erst mal nur einen Holzklotz Mehr oder weniger Okay, jetzt haben wir kein Holz mehr Ist das jetzt euer Ernst? Das ist nicht verkehrt Zumindest kommen noch zwei Weiß ich nicht Zwei Vier Gut, hier haben wir noch was So Gut, dann machen wir die Erde mal hier raus So Okay Wenn da die Kisten reinkommen Mh, 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 mh Würde es Sinn machen, wenn wir da noch einen Balken reinsetzen Allerdings ist es dann so, dass ich da kein Licht hin tun kann So Okay Gut Ähm So Ja Wir müssen tatsächlich auch erst mal schon gleich mal Licht dran hängen Das ist ja der Eingang, das kann ich so noch nicht lassen Okay, es ist schon wieder dunkel, dann müssen wir wieder ins Bett Na Naschennuckelputz Tja, ich denke mal Ich la... Ach Komm schon Wo? Hä? Und am Dach Kann das sein? Da oben drin? Huch Ich weiß es nicht Ich meine, ich höre sie ja Ja Die sind sicherlich hier oben und am Dach Nein, sind sie nicht Aber da können die ja auch gar nicht rein Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon Das ist anderthalb Äh, nur hoch Wo sollen denn die denn sonst sein? Ach so, ein Gesindel hier draußen Ich will doch schlafen Ich kann nicht schlafen Hundi, kannst du mir mal helfen? Komm mal mit mir Komm mal mit Guck mal, ob du die findest Irgendwo müssen die sich ja rumtreiben So Ein bisschen Licht machen So Und so Ich danke dir, Hundi Ja, feini Feini Da kriegst du auch lecker Schnitzel Ja So, können wir jetzt pennen Hund, komm mal rein Komm mal hier Komm Du ist fein Nein, 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 nein Sitzen bleiben Nicht wieder rausrennen Ei, Caramba Wo? Haben wir eine Höhle unterm Haus? Hallo? Ja, das füllt sich fast so an Ach hier, nö, wisst du was Ich glaub wohl kaum, dass ich jetzt mir die ganze Nacht hier um die Ohren schlage Nur um irgendwelche Monster zu jagen, die nicht da sind Okay, also Ja, das soll schon so hoch sein Ach da hinten ist ein Skeleton, ja Wäre es gar nicht verkehrt, wenn wir auch Hä? Ach da Wenn wir hier auch so ein Flachdach drauf machen würden Ja, wenn der uns jetzt sieht, ne Dann kriegt man eine Abreibung Sag ich doch Au Ja, irgendwie haben wir irgendwie Viecher unter Möchtest du auch ein Steak? Komm Schnecki, da hast du auch Irgendwie haben wir Monster unterm Haus Da traut, obendrin, ne, da geht nicht Ja gut ihr Lieben, ich war sehr erfolgreich Ich hab keine Ahnung Wo die sind Wo die sich rumtreiben Aber wie dem auch sei Die Folge ist eh vorbei Wir gucken in der nächsten Folge, wo die sich rumtreiben Und was hier los ist Aber es hört sich an, als wenn wir irgendwie eine Höhle unterm Haus hätten Gut Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da Oder lasst mir ein Comment da Oder vielleicht auch ein Abo Bis zur nächsten Folge Tschüss.